Unsere Nummer 20 Josie Diese dunkelbraune Stute, geboren im Jahr 2017, sie ist 1,70 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stimmt ab von Johnson, Kaiser Franz, Lefebvre, aus der Zucht und besetzt von Thomas Stauffenbiel aus Bützstedt. Mit Josie präsentiert sich eine 6-jährige Tochter des Johnson auf der Pferdner Auktionsbühne. Mit allerbester Arbeitseinstellung ausgestattet, ist sie turniererfolgreich in Dressur-Pferdeprüfung bis zur Klasse L. Ihre Halbschwester Dörte von Dantano ist unter dem Sattel der Züchtertochter Emma Stauffenbiel erfolgreich in M1-Sterne-Dressur. Ladies and Gentlemen, Lot Nummer 20 Josie Diese Dark Bay Mare ist in 2017, sie ist 16,3 Meter hoch. Sie ist bei Johnson, Kaiser Franz, Lefebvre. Mit Josie, a 6-year-old daughter of Johnson, presents herself on the Fadden Auktion stage. Equipped with the very best work attitude, she is successful in Dressur-Tests for young horses up to elementary level. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020